In diesem Video möchte ich Ihnen die Shift-to-TV-Funktion in der Entertain-TV-Mobil-App für Tablets und Smartphones zeigen. Mit der Entertain-TV-Mobil-App, auch hier auf meinem Tablet, habe ich die Möglichkeit, überall in meiner Wohnung fernzuschauen, aber auch unterwegs. Funktioniert auf Tablets und auf Smartphones. In dem Fall bin ich jetzt hier per WLAN verbunden. Das ist ein Android-Gerät, funktioniert aber auf iOS-Geräten, also von Apple. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mir das TV-Programm anzuschauen, was gerade läuft. Und wenn ich zum Beispiel jetzt in der Küche gerade bin und kochen möchte, kann ich mir hier zum Beispiel das ZDF anmachen oder auch andere Sender. Zum Beispiel hier diesen Sender. Und wenn ich jetzt mit dem Kochen fertig bin, habe ich die Möglichkeit, mit Shift-to-TV, diese Funktion versteckt sich hier unten unter diesem Symbol mit dem Fernseher und dem Pfeil, diesen Sender auf meinen Fernseher zu bringen. Das heißt, ich bin jetzt in der Küche fertig, möchte jetzt im Wohnzimmer die Sendung werte schauen, komme hierher, schalte mein Fernsehgerät ein. Schaltet sich jetzt mit ARD an, der letzte Sender, den ich dort anhatte. Und damit ich jetzt nicht lange suchen muss, welcher Sender das war, sage ich einfach hier Shift-to-TV. Und in dem Fall schaltet er dort jetzt auf die Sendung mein Lokal um. Das heißt also, ich kann jetzt hier einfach im Wohnzimmer weiterschauen. Also eine nützliche Funktion der Entertain-TV-Mobile. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020